oh mein Gott Freunde wir machen heute ein 100.000 Gems Megabox Opening Battle Der Drabau für Jack hier schmeckt JAaaaaaah Das kapiziert so JAaaaaaah Jetzt kommt kurz der O-Distance Also Euiuiui Das ist JAaaaaaah JAaaaaaah Oh Ich kann die DEN Aaaaaaah Was Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle sieben Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video und Freunde, oh mein Gott, Alter, ihr seht es schon. Wir sind hier heute einfach mal am Start mit Porky. Moin moin. Das geht, moin. Genau, Freunde, und ihr seht es schon. Alter, es ist mal wieder soweit. Nach langer Zeit gibt es mal wieder ein 100.000 Gems Megabox Opening Battle. Leute, ich hab noch mal einen rausgekauen. Das wird auf jeden Fall ultra heftig. Lasst jetzt schon mal unbedingt ein Like da und ein kostenloses Abo für dieses kranke Opening Battle. Wir werden auf jeden Fall mindestens die 50.000 Likes auf diesem Video sehen, Leute. Also, wie sie. Genau, müsst ihr auf jeden Fall machbar sein, Leute. Haut auf jeden Fall Support rein. Ihr seht, beide Accounts sind komplett leer. Nur Shelly ist am Start. Und wir versuchen natürlich den neuen Brawler Otis, ne, auch zu ziehen, Leute. Wir sehen ihn hier auf jeden Fall. Und wir gönnen uns natürlich auch gleich den neuen Brawl Pass und so weiter. Ganz wichtig, Leute, schon mal zum Anfang. Gönnt euch auf jeden Fall gerne den neuen Brawl Pass mit Creator Code Lukas. Auf Ehre, ne. Also, würde mich natürlich sehr freuen. Damit supportet ihr auch solche kranken Videos. Würde mich extrem freuen. Und, genau. Checkt natürlich auch Pukki ab, denn dort haben wir noch ein Battle gemacht, auch auf diesen Accounts danach. Ein, ja, anderes Battle. Müsst ihr ja auf jeden Fall abchecken. Genau. Und ich würde sagen, Pukki, hast du Bock? Digga, ich hab so Bock. Also, ich hab grad schon bemerkt, ich hab seit Ewigkeiten keine Boxen mehr geöffnet. Also, ich bin ultra hyped. Let's go, Alter. Ja, ich bin sehr gespannt. Lass uns das einfach mal im Shop holen. Das hab ich nämlich noch nie gemacht in den Brawl Pass. Sieht irgendwie cool aus, ja. Wie das aussieht. Und, let's go! Ah, Leute, hab ich mal direkt zum Brawl Pass weitergeleitet. Und ich würde sagen, Wettrennen bei Stufe 70. Uiuiui, okay. Und, genau, wir sind beide bei Stufe 70. Sehr, sehr krank. Ihr kennt das Prinzip. Wir ziehen jetzt erstmal die vorgegebenen Brawler. Und, ja, wir können eigentlich schon mal Colt abholen, fällt mir gerade ein. Heizahn Colt, ne, als erstes. Ist eigentlich schlau. Ja, let's go. Okay. Sehr, sehr geil, Leute. Einmal Colt, ne. Dann nehmen wir nämlich die Gratis-Power-Punkte sozusagen mit für den Bratan. Und, genau. Achso, ganz wichtig, Leute. Hier nochmal die Punkteliste eingeblendet, ne. Für die ganzen Brawler. Die Punkte, die selten halten, ist ja ein Opening-Battle. Ihr kennt das Format, denke ich. Und jetzt, let's go. Mit den vorgegebenen Brawler, würde ich erst mal sagen. Keine Megabox, natürlich, ne. Weiß ja noch. Die Megabox. Ah, ne. Ah, was? Hat niemand gesehen. Die Boxerin. Ich bin aus der Übung, ey. Ich bin eingerostet. Naja, ich erinnere mich hier noch an die alten Regeln, ne, die man nicht brechen darf. Ja, ja. Ne, mach ich auf gar keinen Fall. Oh. Kevin. Kevin, moin moin. Leute, Kevin ist heute übrigens abwesend. Merkt ihr ja schon. Und, oha, wir haben auf jeden Fall einmal die Boxerin. Achso, Leute, und ganz wichtig, schreibt mal in die Kommentare, wollt, also was wollt ihr mal wieder für ein Opening-Battle sehen? Wollt ihr mal wieder ein Opening-Battle zu viert vielleicht sogar sehen? Oder zu dritt? Irgendwo. Also, das gab's ja auch schon länger nicht mehr. Oder ein achter-Opening-Battle. Genau. Achter-Opening-Battle gab's auch schon mal. Das stimmt. Das stimmt. Ich hab Daryl übrigens. Ich bin durch. Ah, lol. Und ich hab, lol, die neue Penny. Oha, die sieht ja... Hä, sieht richtig wild aus. Die hab ich noch nie gezogen, glaub ich sogar. Ich auch nicht. Ja, also ich glaub wirklich noch nicht. Sehr geil, Leute. Und jetzt graden wir auf jeden Fall einen Brawl of Power 10 ab. Wir sehen uns gleich. Okay, Leute, es geht jetzt auf jeden Fall los mit den Mega-Boxen. Die erste Mega-Box, ne, Poki? Ja. Jaja. Fürs Dreh-Intro. Wir wissen's. Drei, zwei, eins, go. Let's go. Oh, acht. Ich hab fünf. Ich hab eine neue Sache bei acht verbleiben, Leute. Und zwar... Entspannt. Genau. Let's go. Okay, sieben. Und... Oh, oh. Zwei neue Sachen. Ich hab wieder acht. Und go. Was? Direkt Mordes. Hä? Direkt nach den vorgegebenen eigentlich, ne? Ja? Ja, ja. Ultra geil. Sehr, sehr nice. Okay. Okay. Ich hab wieder acht verbleibende, Leute. Let's go, let's go. Sieben. Okay. Nichts Neues, okay. Okay, Barley. Ja, bei mir ist so nur die normale Reihenfolge. So, wie man sie eigens kennt, ne? Aha. Ich hab auch acht. Ich warte. Denn... Okay, kannst öffnen. Und... Lol! Ich... Ich war wieder kurz verwirrt. Ja, ohne mal. Ich brauch so einen neuen Brawler jetzt. Aber ne. Penny. Ja. Ich hab ja acht verbleibende und eine neue Sache. Okay. Und zwar... Karl die Kloschüsse. Okay. Also er ist die seltene, jetzt die super seltene bei mir, wie man es eigentlich normalerweise auch kennt. Sechs verbleibende nichts. Ja, ich hab den. Borley. Borley, Borley. Come on. Acht. Eine neue Sache. Oh! Der Boxster. Let's go. Okay. Bei mir auf jeden Fall ein Gadget am Start. Und die sieben. Ich hab schon alle seltenen. Dann, Leute. Let's go. Mit der restlichen Boxen. Wir haben noch 47.500 Gems am Start. Also, genau. Kannst einfach öffnen. Musst nicht warten. Oh! Oh! Let's go! Hä? Das sind so zwei mythische. Junge, ich gewinn das. Easy. WTF. WTF war der. Okay, bei mir nochmal Daryl am Start. Und... Oh, Jackie. Okay. Bei mir noch nicht mal ein epischer oder ein chromatischer. Gar nichts wirklich. Oh! Riko. Oh! Loll. Bin auch mal gespannt, wer es schafft Otis zu ziehen. Oh! Zwei Sachen. Einmal Star Power. Oh! Und der erste Roller ist einfach mal Riko. Mann. Es kennt Loll. Entspannt, entspannt. Ey, ich drück da so schnell drauf. Aber ich darf natürlich auch nicht die elf verbleibenden gleich skippen. Oh, ja. Das war ja sehr, sehr unlucky. Bei mir extra noch Shelly hochgepowert. Achterbleibender. Oh! Ich hab ausgeriegt. Okay. So. Abfahrt jetzt. Karl! Ja! Einmal mal die Kloschüsse, Leute. Ich glaube, da hat sich noch nie jemand außer Jan so sehr für Karl gefreut, oder? Karl ist aber auch der beste Brawler, ganz ehrlich. Einmal nur gut. Leonard Karl. Richtig schön. Junge, Alter. Feier ich echt nicht so, muss ich sagen. Ah, ich auch nicht. Aber ich kenne da wen. Acht! Und! Jacky! Und ich hab die Modi. Okay, den ersten epischen aus dem ganzen Opening Battle, ne? Krass. Ja, ja, doch. Richtig. Sehr sehr krass. Was schätzt du, wie viele Legendäre wir heute ziehen werden, so? Alle. Alle? Ja. Ja, okay. Ganz, ganz easy. Das wäre ein sehr krass, Leute. Ich muss auch sagen, es ist länger her bei mir, dass ich 50.000 Jams auf einem Account ausgegeben habe. Oh, Pipa! Oh, Null! Let's go! Nice! Oh, Griff! Die Gate-Maschine-Freunde aus dem Star-Park. Auch nochmal hier. Damage-Dealer. Oh, der rennt, na? Let's go! Glaubst du, Griff ist Damage-Dealer, weil er dealt? Und hat deswegen so viel Cash? Ich glaube schon, ja. Ja, na? Der ist tatsächlich so einer, ja, ja. Der dealt dann, holt er seine Münzenlast aus. Power-Punkte und so, ja. Alles mögliche. Da kannst du kaufen Power-Punkte bei dem. Star-Punkte, Club-Punkte, alles. Ey, vor so ein paar Jahren war 7 noch. Krass. Oh, Nani! Let's go! Das hat man immer so gefühlt. 7. Das stimmt. Wobei ich irgendwie die ganze Zeit 6 verbleibende ziehe. Warum auch immer. Oh, echt? Team Modi! Okay. Ja, gut. Ich hätte mich ja über Kro gefreut, aber Modi auch nicht schlecht. Kro, die kriege ja das Kapitän zurück. Ja! Was? Äh, jetzt schon? Let's go! Digga, no way! No way! Ey, du hast schon zwei München und den Legendären einfach, hä? Ja, ich würde mal sagen, äh, ich führe, ne? Ja, GG, GG. Könnte da hinkommen. GG ist krass. Endlich! Ja, Amber nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Leute, Colette ist neben Karl, ne? Weil Karl ist die Kloschüssel und Colette ist Colette. Oh! Aber ich habe Genie. Let's go! Nicht schlecht. Alter! Amber! Sehr, sehr gut. Sehr, sehr heftig. Ich würde zwar sagen, dass Amber, glaube ich, von allen Legendären, der ist, den ich am wenigsten nice finde. Ja, würde ich genauso unterschreiben tatsächlich. Ach, mal rein. Oh, Mann, Digga! Edgar! Okay! Den habe ich damals gratis bekommen. Und jetzt musst du den ziehen. 10.000 Grems bezahlen. Ja. Okay. Also, ich glaube, ich bin auch schon bald so weit, dass wir hier eine kleine Power-Pause einlegen. Hat es noch nicht diese Power-Punkte-Boxen? Doch, doch! Roxy! Oh, lol! Sir Muffles noch mal am Start. Let's go! Ja, doch, ich hatte schon die ein oder andere Power-Punkte-Box. Okay. Ich bin, glaube ich, jetzt am Upgrade. Okay. Noch zwei Wochen. Oh, oh! Grommi! Loil! Gromm ist cool. Oh! Oh, okay, Bass. Ja, okay. Geht so, geht so. Ich denke, bei Bass im ersten Moment immer ein Spike. Ja, ist so, ne? Das ist noch ganz kleines. Das ist echt ein Fade. Das ist echt ein Fade. Ja, ja, ja. Okay. Wenn das natürlich häufiger... Gadgets... Oh! Oh! Leute, Sir! Genau, wir werden natürlich häufiger Gadgets in Boxen ziehen, aber wir machen das alles für die 10 bzw. 11 verbleibende Chance. Immer noch 11 verbleibende, wurde noch nicht gezogen. Oha! Let's go! Ja, sehr nice. Von einem deutschen Fußball noch nicht gezogen worden. Ey, von einem, ne? 8. Okay. Jaaaaaaah! Yes! Oh mein Gott! Let's go! Da ist auch bei dir, Leute. Nein! Sehr, sehr, sehr geil. Hahaha. Junge, Junge, Junge. Okay. Hast du dich erschreckt, oder ging's? Bisschen. Also... Nani, let's go! Sehr krass, sehr krass. Komm, ich muss jetzt aufholen. Du ziehst direkt den nächsten. Oha! Max! Let's go! Oha, sehr geil. Ah, Gadget. Okay. Doppel-Gadget. Das wäre gar nicht gut. Was mir gerade... Oh, Byron! Let's go! Sehr geil. Was mir gerade einfällt, Uncle Mo hat es sich gewünscht, dass ich mal ein Video mache, wie ich auf einem Count, ne? Einen ganzen Power-11-Account maxse. Mit 200.000 Gems, aber... Ich glaube, das werde ich eher nicht machen. Entspannt. Oh! Die 2 im Link? Ja. Guck mal, Gadget. Und... Gadget. Ja. Ja. Genau, er weiß so... Oh, ich habe 9. Einmal Gadget. Oh! Bonny! Let's go! Er meinte, das wäre interessant zu sehen. Würde ich aber auch sagen, aber ist ein bisschen arg teuer. Let's go! Ja, das stimmt. Das ist echt ein bisschen sehr, sehr teuer. Okay. Ich glaube, das würde ich nur machen, wenn mein Main-Account gesperrt werden würde. Und nicht so... Also für immer. Und ich müsste so einen neuen Count machen. Dann würde ich den so max in einem Video. Könnt ihr? Genau, aber sonst würde ich das nicht machen. Das ist ein bisschen sehr teuer. So, jetzt ziehe ich aber schon Ewigkeiten nichts mehr. Ich frage mich, wo bleibt der nächste Legendäre hier? Oh! Acht verbleibende! So! Das ist jetzt Pro! Oh! Oh! EVE! Let's go! EVE ist mittlerweile episch! Oha! Ja, stimmt! Ich hatte kein Gefühl, kam EVE vor kurzem erst. Ja, ja. Ich wollte auch gerade sagen, ich wäre eigentlich voll krass. So gefühlt legendär, aber nein. Leute, ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen heute, Otis zu ziehen. Rein logisch gesehen müsste es eigentlich möglich sein, aber es ist halt wie ein legendärer. Es gibt halt sechs legendärer auch noch. Das ist halt schon krass. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, bei 30.000 Japs können wir dann übrigens wieder eine Power-Pause machen. Mhm. Frank mit dem Hammer. Frank mit dem Hammer. An Halloween vielleicht auch wieder Frank als Frank. Mal gucken. Im Roll-Talk. Und die Kleidschlägerinnen, Freunde. Sehr geil. Ja, okay. So. Na, get it. Ich bin mal gespannt. Also, ich habe tatsächlich schon... Oh! Lou, die Eismaschine, da war eben der Flieger auf mir gesessen. Ich weiß nicht, ob man das im Video gesehen hat, Digga. Ich bin gespannt. Die bringt Lack. Lass sie mal auf dein Handy fliegen. Die zieht den Legeln leer. Dann zerquetsche ich sie. Okay. Aber. Und. Ouh. Oh, okay, Lola. Ich habe ein Gadget nochmal. Oh, Tiss. Oh, Tiss. Oh, Tiss. Oh, Tiss. Sechster leibende. Oh mein Gott, Lola. Oh, okay. 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 Capitals. Und, Acht mal bleibende. Zwei Sachen. Ich will sie gönnen jetzt mal was krasses. Und. Oh, Grom. 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 Grom ist gut. Ich habe aber neun epische Brauerer jetzt auch schon. Ja, du. Lulululu. Krass. Ich glaube das ist aber mehr chromatisch als ich sogar schon. Ich habe schon acht chromatische. Das ist heftig. Ja, ja. Und den nächsten epischen. Let's go. Ja. Sieben epische, acht chromatische. Krass. Heftig. Also ich glaube. Ich glaube das ist mehr Brauerer als ihr. Ich würde ich schätzen aktuell. Das könnte sein. Das sehen wir gleich bei der Pause dann. Aber. Bis dann ziehe ich ihr noch drei legendäre. Dann habe ich auf jeden Fall werfen. Stimmt, wir haben beide erst einen jetzt gezogen, ne? Moin. Okay. Okay. Let's go. Drei verbleibende. Was? Digga. Let's go. Das. Ja, scheiße. Ah. Juge, da hätte dieses. Dieses Gier gefehlt. Dann wäre es wirklich. Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe so schnell geskippt. Ich habe gar nicht gecheckt, dass ich kein Gier hatte. Ja. Okay. Dann schauen wir da mal rein, würde ich sagen. Ich hoffe jetzt drei Brawler. Drei. Zwei. Eins. Ah. Okay. Drei. Two. One. Abfahrt, Junge. Ja. Zwei Brawler. Let's go. Edgar. Und jetzt? Ich glaube da ist Otis drin. Drei. Zwei. Eins. Und. Let's go. Nehme mit. Nehme mit. Ey Schaar, das wäre echt 10 gewesen. Two epic Brawlers. Du hattest sogar einen Geartalken und einen Powerpunkte abgefehlt. Ich hatte. Hä? Digga. Du hast so viele Brawler-Ziege und vier Powerpunkte. Was? Was? Digga, das ist ja so ein Scam. Digga, wegen einem Powerpunkt. Oh mein Gott. Hä? Das check ich nicht. Das ist so unwahrscheinlich, oder? Geartalken nicht. Jaja. Ey. Also, ich habe jetzt die ganze Zeit eigentlich immer 5 Power, also 5 Brawler gezogen. Oh mein Gott. Junge. Hoffentlich hat das nicht super selbst deaktiviert mit dem Affair, dass nicht mehr 10 möglich sind. Die gönnen einfach nicht, Kappa. Mhm. Mann. Digga, das wären halt echt 10 gewesen. Schade. Aber Achtverbleibende direkt hinterher. Ja. Sehr unlucky, Leute. Ich habe jetzt übrigens noch mal die Fliege hier weggefechert, die mich die ganze Zeit hier nervt. Junge. Eieiei, Leute. Also, da bin ich auch noch ein bisschen schockiert, weil meistens hängt es dann am Geartalken. Oh. Ja, voll. Was? Und ich habe jetzt... Was? Das ist immer ein 4. Hormatischer. LOL. Digga. Haha. Weird. Also, ich fühle ja, glaube ich, gerade geisteskrank. Kann das sein? Ja, wahrscheinlich sogar. Okay. Oha. Die 2 blinkt wieder. Gadget Nummer 1. Oh, ich habe Belle. Oh. Und Gadget Nummer 2. Übrigens, ähm... Pyron. Ah, lol. Leute, es gibt übrigens keine Punkte aktuell für verbleibende Gegenstände, weil es einfach zu easy erreichbar ist, ne? Also, aber theoretisch könnten wir einführen, dass es für 11 Verbleibende halt 100 Punkte gibt, ne? 1000 Punkte. Easy. Oder 1.000 sogar, ja. 100.000 Punkte. Ja, okay. Wenn irgendwer hier heute 11 Verbleibende zieht, dann hat er das so gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Kackegal, was der andere noch zieht. Also, kann man gar nicht toppen, ey. Oh, Serge. Let's go. Die Komatschen kommen jetzt langsam, Leute. Das ist ja ein bisschen verspätet bei mir. Vielleicht war der chromatische Zug überführt wegen dem 9-Euro-Ticket. Und da kommen auf jeden Fall Lola nochmal hinterher. Jetzt kommen die echt die chromatischen bei dir, Alter. Ja, ja. Ich sag dir, die sind einfach zu spät angekommen. Na? Oh, ich hab 9. Oha, ich hab 8. Okay, warte, warte. Gleichzeitig. Ja. Und go. Ja. Perfekt. Perfekt. Gettles sind immer sehr belassen. Ich hab auch ab. Oh, Mr. P. Sehr nice. Oh, Sprouse. Noll. Ich hab 4 mythische. 5. Digga. Hä? Das ist das Lack hier. Hm. 6 von Leiben, ne? 3 von Leiben. Die Kneipenschlägerin, Leute. Ah, nice. Ich hasse diese V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V. Ja. Die sind auch echt. Die haben echt keine Value. Nee, nee, nee. Das sind dann auch immer so wenig so. Keine Ahnung. Weil an sich. Spieler freuen uns vielleicht schon, wenn sie für einen Brawl oder so mehr einsetzen können. Ich weiß es nicht. Ja stimmt, ja. Also eigentlich für so eine normale Spieler. Wenn man halt einen bestimmt bauen will, ja. Für uns jetzt nicht so gut. Für uns jetzt nicht. Gadgets. ja 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 so ich bin bald mal überrascht eben aber es war janet ja es gibt sogar fünf punkte leute ist wie ein mythischer oha das zwei sachen zu blinken okay ja ich bin bei der power pause jetzt tatsächlich schon angelangt das türkische ist das glaube ich karl an höge oh neun ich mache das viel zu schnell ich würde die zehn so skippen okay und jetzt let's go ultra so ich ziehe jetzt einfach mal die elf aber acht und das ist jetzt ein legendärer nein und zwei sachen einmal am gadget und star power okay das bedeutet elf brawler 11 chromatisch ja gut jetzt jetzt habe ich halt bald alles einmal das könnte eskalieren laufen legendärer ich glaube das ist ein legendärer ich fühle ich denke es ist gut dass ich immer hier das ganze okay okay aber jetzt hast du auch bald alles dann kannst du auch gefühlt nur noch legendärer auch verbleibende zwei blinkt okay wenn ihr gadget und rotes ja nicht doch nicht und ich habe aber es okay sollte auch schon sehen nein ich habe den markt verdammt gekauft können ja meine finger tun schon weh ich habe schon lange nicht mehr so viele boxen geöffnet dass eine ganz ungewohnte bewegung das stimmt der rettler let's go okay luka meinte also ich habe ja mit laser luka mal eins gemacht der meinte so ob wir schon so hornhaut unter den fingern haben ja gefühlt schon also du zumindest naja auf jeden fall leute also meine finger tun noch nicht weh tatsächlich acht verbleibende ja wir können noch legendäre jetzt mal sieben von acht mütten habe ich jetzt ja bei mir geht es jetzt los mit den legendären ich denke gleich werde ich dann so echt alle haben außer rotes in die legendären ich will jetzt einfach rotes gehen rotes wäre jetzt richtig richtig gut das stimmt ja da ist jetzt da ist okay die nennen wir ein gutes gibt es schon einen namen für ihn eigentlich nicht jetzt der toiletten taucher das ist der flug nehmen wir so toiletten taucher der taucher ich ziehe auch einfach keine blogger gerade ich auch nicht aber ich kann definitiv noch einen mythischen ziehen und den ziehe ich jetzt wie lange das aber gedauert hat ne fast 30.000 gems für den zweiten legendären aber ich wollte kro haben ja ich habe kobe kommen ist auch echt mega nice liebe kro jetzt brauche ich nur noch otis und dann bin ich glücklich ich brauche noch fünf legendäre und otis dann glücklich oh nein king 2 ok 3 2 1 janet ok die hatte ich noch nicht hä lol scheinbar nicht von nette kassette einfach let's go ich hab noch mal ein gadget leute auf entspannen können dir oh nee ein mythischen das war der mythische ich bin auch noch ein mythischer fällt mir gerade ein ach von einem jetzt geht das ist ja schlecht das ist aber irgendwie nicht kommt mir schon nah an die fersen ja ja ich ziehe jetzt aber ort ist ort es gibt übrigens doppelte punkte heute leute ja könnte auch gut für dich sein könnte auch gut für mich so neben wir auch eine power pause was gab es da so viel brötchen das war so mit so alle mythischen ja das waren mit so gemüse aufstrichen oder mit so frischkäse bla 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 also sonst gab es halt eher so diese rätseln und so pizza brötchen gab es aber bei uns auch aus der baukunde box kann man so einem link über fünf oder so ziehen ja selbst müsste ja möglich sein dann hast du so irgendwie so sechs oder sieben verbleibende aber ne blinkende 50 schon wieder neun verbleibende zum keine ahnung wie fühlst du mal auch man redet was ein ort ist gesehen eigentlich man ja ja schon den drehenden schlaufe sind ich habe auch neun verbleibende und verdrehen ist noch ja man ohne witz digga acht verbleibende das ist jetzt der drehende toilettenbums ne hart wird okay star power kommen digga acht verbleibende und nein oh mein gott leute es gibt noch mal eine eine power pause bei 10.000 gems auf jeden fall aber bis dahin nicht oh neun verbleibende ja das kann ich das kann ich legendäre ziehen das kann ich 0,08 ist aber meine chance glaube die ist ganz gut sie direkt hinterher ich sag's dir meine war 0,12 tatsächlich also die war schon ziemlich stabil muss man sagen deswegen ziehe ich jetzt auch direkt noch einen legendären das wäre es gewesen ja aber läuft schon mal das wäre so ein gloomove gewesen ich habe nicht mal eine blickende 1 seitdem ich das eben schon gesagt hatte ja dann musst du noch mal einen otis-tanz machen ganz einfach bei der blickenden 1 oh ja jetzt habe ich eine blickende 1 leute jetzt kommt kurz der otis-tanz also wie zum teufel als ob das funktioniert hat das glaubt uns keiner die denken alle das ist gefakt alter was ich hab gesehen man muss den schlauch oben einfach machen dann geht's junge wie hast du das gemacht also ich habe mich tatsächlich gedreht und da den schlauch oben gemacht ok ok mache ich auch ja und nein aber leute da ist otis das gibt auf jeden fall zehn punkte auf meinen konsum letztlich dachte double paar punkte für otis wird immer noch überrascht leute seitdem ich hier wohne sind noch nicht einmal die nachbarn gekommen haben sich beschwert das ist wunderbar das kann doch nicht sein wie wie machst du das ja das ist jetzt das otis-tanzlack also das lass ich nicht so auf mir sitzen das kann so nicht weitergehen Junge ich ziehe jetzt beides in einer kiste Otis und MEG das wär sehr krass muss ich dir lassen ja 6 verlagender 7 verlagender oh 9 Garnit Garnit AAAAAAAH WAS Ich hatte 10 und ich hab mich gesliped Was Was Oh mein Gott fuck Ich hatte 10 man hat's gesehen Ja Läuft die Aufnahme noch Ja Das müssen wir jetzt in Slow-Mo nochmal zeigen Oh mein Gott Leute extra hier nochmal Slow-Motion Ali nicht faul sein Die Slow-Motion hier Genau Jürgen Alter Heftig Perfekt Und jetzt ziehe ich einfach zwei Legendäre Ist dir das bewusst Lukas Ja Tega Du hast ja eigentlich wirklich nur noch die Legendären oder? Und Lukas Äh Ja Nur die Legendären und Lukas Mein Gott ey jetzt bin ich mal sehr gespannt Jürgen Stell dir vor Jetzt blinkt die 4 Ne Das wär krass Oh man Okay Ja dann ist es vorbei Dann ist es wirklich vorbei Also Ja Okay Ich bin Ich bin wirklich ready jetzt hier für zwei Brawler Mindestens Okay Lukas zählt runter Du musst es machen Ohhhh Ohhhh Ey Stopp Okay Weiß nicht Da sind jetzt einfach zwei Brawler drin Fertig Nein Oh Aua Göns nicht Dann ist wenigstens ein Brawler drin Jaaaa 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 Let's go Zehn Verbleibende mit Otis What Oh my god Okay das ist sehr krank Das ist schon sehr krank Boah Digga Alter Machen Screenshot Ja ja Ich muss das auf jeden Fall festhalten Oh my god Zehn Verbleibende mit Otis Das ist geistes krank machen Das ist wie Zehn von einem Also vor allem wegen der Vor allem mit dem neuen Das ist ultra heftig Das ist Ja Das ist doch Der Rüssler hat sich doch gelohnt ne Ja Unnormal Krank Aber immer Denkt dran Leute Immer schön den Rüssler machen Immer den Rüssler machen Alter Okay Heftig man Junge 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 Hat sich ja doch noch hier gelohnt Auf jeden Fall Die Power Pausen haben sich bezahlt gemacht Leute Jetzt hatten wir genug Energie nach den Power Pausen Oh Und Zwei Ne Oh Eins Zwei Jaaaa Loll Let's go Seega Wuuu Mag Komm ich ziehe jetzt auch nochmal einen Wenn du jetzt auch einen ziehst Ah Heftig Junge Vier von sechs Und Otis habe ich ja auch schon Also eigentlich schon fünf Legendäre so gezogen und du vier dann so gesehen Ja Wenn man es so will Das ist wirklich sehr krass GG Ey ich ziehe jetzt auch noch die letzten zwei Easy Ja meine Chance müsste jetzt geisteskrank hoch sein Die ist bei 0,19 Meine ist bei 0,16 Also die droppt gar nicht so krass Tatsächlich Ich kann theoretisch echt noch einen ziehen ne Jaaaa Heeeh 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 Digga ich sag's auch noch Ich sag's auch noch Digga what Und genau das passiert Oh mein Gott Junge Ey Was Hehehe Digga das ist Das ist krank Das ist echt sehr krank Heeeeeh 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 Du hast alle Was Digga Ich hab alle legendären gezogen Oh mein Gott Oh mein Gott What Alter Ey das ist mega heftig Krank Das ist mega heftig Einfach fertig Der Account ist fertig Also Digga Gut bis auf VR11 natürlich Ja Alter Krank Also ich muss sogar keine Boxen mehr öffnen Ich wollt grad sagen Macht auch keinen Sinn Ich kann gar nichts mehr ziehen Leute ich bin auf jeden Fall auch gleich durch Ich hab jetzt noch drei Boxen Und mir fehlen noch zwei legendäre Oh mein Gott Komm Letzte Mega Box Ah Ah Boah Ja das wärs gewesen noch Das wär so krass Oh mein Gott Okay Leute Also Pugi hat's auf jeden Fall geschafft Alle Brawler zu ziehen Ich hab leider noch zwei legendäre übrig Krank Das heißt An dich geht auf jeden Fall der Sieg Sehr sehr krank GG GG Leute krass Ersten Dank dafür das heftige Opening Battle Zehn verbleibende Otis Tanz war auf jeden Fall komplett nice Komplett nice Und wie gesagt Wir sehen uns Und damit Ciao 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 Ciao